Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es so ein bisschen um Lightroom-Bearbeitung gehen, aber auch um Fotografie. Wie kann ich mir einen Vordergrund erstellen? Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich möchte dich noch ganz kurz auf meinen Newsletter hinweisen. Der ist kostenlos, da kannst du dich anmelden. Und da gibt es immer mal wieder ganz coole Tipps, Hinweise auf die neuesten Tutorials und wenn es möglich ist, dann auch eine kostenlose RAW-Datei zum Mitarbeiten, wie auch in diesem Fall. Dieses Mal gibt es das gezeigte Bild hier kostenlos als RAW-Datei mit dazu, damit du gleich die Bearbeitung mitmachen kannst. Wenn du noch nicht angemeldet bist, dann solltest du das unbedingt tun. Link ist unten in der Videobeschreibung und dann kannst du, wie gesagt, mitarbeiten. Ich habe jetzt hier mal ein paar Fotos geöffnet in Lightroom von meinem letzten Trip an den Berliner Wannsee und an die Havel-Chassee, genauer gesagt, und da haben wir ein paar Bilder erstellt. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen darüber philosophieren, wie man in der Landschafts- und Städtefotografie sich einen eigenen Vordergrund bauen kann. Natürlich gibt es Motive, wo man sich einfach einen Vordergrund nehmen kann, der schon da ist, wie zum Beispiel hier auf diesem Bild. Hier lag einfach schon so ein abgebrochener Baumstamm und den konnte man dann sehr gut als Vordergrund nutzen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man ja keinen klassischen Vordergrund hat und sich sehr viel einfach in dem Hintergrund abspielt, wie zum Beispiel auf diesem Steg. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, der Steg an sich ist ja schon Vordergrund genug und da spielt sich schon genug Dreidimensionalität in diesem Bild ab. Aber ich habe mir gedacht, das Ganze sieht so noch etwas langweilig aus und habe dann überlegt, was ich machen kann mit diesem Foto. Und dann bin ich einfach mal drauf gekommen. Ich war da mit meinem guten Kumpel Benni unterwegs, der auch sehr viele Tutorials für mich filmt. Der ist dann immer hinter der Kamera. Und ihn habe ich einfach mal gefragt, ob er auch mal ein Bild genau aus dieser Perspektive machen kann. Und dann nehme ich einfach seine Kamera und packe die in den Vordergrund. Und dadurch hat dieses Bild nochmal einen völlig anderen Charakter für mich bekommen, weil ich jetzt einfach einen richtig coolen Vordergrund habe. Der Hintergrund ist dabei sogar ein bisschen unscharf. Habe ich dann auch mit Absicht so fotografiert. Hier war ich bei einer Blende 8, aber dadurch, dass ich hier die Kamera so sehr und so nah dran an meiner eigenen Kamera hatte, ist der Hintergrund dann doch relativ unscharf geworden. Und ich finde, dass dieses Bild dadurch wesentlich an Charakter gewonnen hat, weil einfach wir noch ein gewisses Etwas im Bild haben, was man sonst nicht so häufig sieht. Also quasi das Bild vom Bild. Und dadurch hat dieses Bild für mich eine besondere Wirkung. Und ich möchte jetzt natürlich mit euch zusammen noch dieses Bild in diesem Tutorial bearbeiten. Aber es war mir einfach mal ganz wichtig zu sagen oder auch zu zeigen, dass man sich selber Vordergründe bauen kann. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit dieser Kamera zu tun, die ich hier hingestellt habe, sondern man könnte sich auch selber dort in das Bild reinbasteln und man guckt so ein bisschen dann in die Ferne. Das sind alles nur Ideen, aber ich möchte damit einfach nur sagen, dass man sich selber Vordergründe basteln kann in der Landschafts- und Cityscape-Fotografie. Und von daher, ja, das einfach mal als Inspiration vielleicht. Wenn man das nächste Mal darüber nachdenkt, was man so als Vordergrund nutzen könnte, dann kann man darauf vielleicht zurückgreifen. Okay, das war es an der Stelle mit der Philosophie über das Fotografieren. Jetzt soll es natürlich noch ein bisschen um die Bearbeitung gehen. Und in dem Fall möchte ich das anhand dieses Bildes hier mal zeigen. Zur Fotografie an sich. Du siehst hier oben, ich habe mit ISO 100 gearbeitet. 24 Millimeter Brennweite. Eine Blende 8 und 0,4 Sekunden belichtet. Zudem hatte ich noch einen Grauverlaufsfilter hier drin, um den Himmel ein bisschen abzudunkeln. Und ja, das war es eigentlich dazu. Und jetzt werden wir das Ganze mal bearbeiten. Hier mit meinem Standard-Workflow. Das heißt, ich werde hier die Tiefen wieder etwas aufziehen und die Lichter noch ein klein bisschen abdunkeln. Allerdings nicht zu doll, denn die sind hier schon relativ gut kontrolliert. Dann werde ich mit gedrückter Alt-Taste meinen Weißpunkt setzen. Und natürlich auch noch meinen Schwarzpunkt. Das sieht so schon ganz gut aus. Dann werde ich das ganze Bild noch einen ganz kleinen Tick aufhellen. Ja, nicht zu viel. Also maximal eine halbe Blende. Und insgesamt noch ein bisschen Kontrast reingeben, um das Histogramm hier in der Mitte auch noch etwas weiter auseinander zu ziehen. Da hatte ich letztens mal eine Frage dazu, warum ich denn den Kontrastregler überhaupt anfasse, wenn ich doch hier vorher schon den Weiß- und den Schwarzwert einstelle. Das hat einfach damit zu tun, dass ich die Weißwerte und die Schwarzwerte, da verändere ich wirklich hier diesen letzten Bereich. Wenn ich den Kontrastregler nehme, dann ziehe ich das Histogramm hier auch in der Mitte auseinander. Wenn du jetzt hier mal genau guckst, wenn ich diesen Kontrastregler nach rechts ziehe, also mehr Kontrast ins Bild gebe, dann wird das gesamte Histogramm einfach hier in die Breite gezogen. Und dementsprechend nutze ich hier wirklich beide Regler, um einfach hier verschiedene Looks hinzubekommen. Dann werde ich mal gucken mit dem Weißabgleich. Der gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Vielleicht ziehe ich ihn noch ein bisschen höher. Hier so auf fast 10.000 Kelvin sogar. Ja, das ist so schon ganz cool. Und dann werde ich ein ganz bisschen Klarheit noch reingeben. Nicht zu viel. Ein bisschen Dynamik noch. Und die Sättigung vielleicht sogar noch ein Stück raus. So mag ich das Bild schon sehr. Du siehst jetzt hier auch schon, dass ich wirklich auf die Kamera hier fokussiert habe und dieses Bild im Bild gefällt mir dann wirklich schon sehr, sehr gut. Vielleicht werde ich sogar noch ein bisschen Magenta rausnehmen. Ja, ich glaube, das gefällt mir mehr, wenn ich hier das so ein bisschen mehr ins Grünliche noch färbe. Und das ist so schon ganz cool. Dann werde ich in der Gradationskurve so ein bisschen die Schwarzwerte an sich, also das Schwarz an sich so ein bisschen rausnehmen und auch das Ganze hier oben. Dadurch wird das Bild wieder etwas flauer. Jetzt wundern sich wahrscheinlich auch wieder einige. Ja, ich habe das Bild doch gerade mit Kontrast gefüttert. Aber ich nehme wirklich den Schwarzwert an sich und hebe den an. Und dadurch hat das Bild immer noch Kontrast. Und ich werde jetzt hier auch wieder mehr Kontrast hinzugeben in den Mitteltönen. Aber die Schwarz- und die Weißwerte an sich hebe ich hier ein bisschen an. Und dadurch kriege ich dieses Bild so ein bisschen diesen Used-Look, diesen verwaschenen Look. Und den mag ich hier gerade bei diesem Bild sehr, sehr gerne. Dann werde ich hier weiter runtergehen, den Farbton vom Blauwert vielleicht noch ein bisschen anpassen. Hier, ich gehe da immer relativ gerne so ein bisschen in Richtung Aquamarine. Das mag ich jetzt so schon auch schon sehr. Und dann werde ich das ganze Bild noch schärfen. Dafür gehe ich mal auf die 100%-Ansicht, werde dann hier meinen Standardbetrag von 80 einstellen und das Ganze dann dementsprechend mit gedrückter Alt-Taste hier ausmaskieren, damit nur noch die Kanten geschärft sind. Cool, gefällt mir so ganz gut. Profilkorrekturen aktiviere ich noch. Chromatische Aberrationen werde ich entfernen. Und dann noch eine kleine Vignette wieder reingeben, um das ganze Bild so ein bisschen abzuschließen. Dunst entfernen werde ich mal gucken, ob sich das hier lohnt. Ja, so ein bisschen kann man reingeben, aber wirklich nur ein ganz bisschen, also plus 4 hier ungefähr. Das ist schon ganz cool. Camera Landscape werde ich mal als Profil noch ausprobieren, wie das wirkt. Aber dann wird das ganze Bild auch schon wieder sehr, sehr dunkel. Dementsprechend nehme ich das Ganze mal wieder raus hier. Dann werde ich hier unten mal die Primärwerte blau noch anfassen und so ein bisschen hin und her spielen und mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich denke mal, so ein ganz klein bisschen werde ich hier nach rechts gehen, so plus 10 ungefähr. Gefällt mir hier schon ganz gut. Gut, so, das war es eigentlich schon. Viel mehr müssen wir hier gar nicht machen. Ich sehe hier gerade, dass ich noch einen kleinen Sensorfleck hier drauf habe. Den möchte ich natürlich noch rausnehmen. Mit dem Korrekturwerkzeug hier kann ich das sehr, sehr gut machen. Da ist einer und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, war weiter oben noch einer. Nee, hier war keiner mehr. Aber was mir gerade eben auch noch aufgefallen ist, hier im Hintergrund haben wir hier so einen ganz kleinen Spot, so einen ganz kleinen Lichtspot, der durch die Bäume hier durchkommt. Das ist die Sonne, die hier durch die Bäume ganz bisschen durchscheint. Aber das stört mich hier auch noch irgendwie, weil sonst nirgendwo so ein Punkt zu sehen ist. Und deswegen nehme ich den hier auch noch einfach raus. Dadurch haben wir einfach nicht mehr hier diese krasse Wirkung und das Ganze lenkt auch nicht mehr so sehr ab. Cool. So gefällt mir das Bild schon sehr, sehr gut. So kann ich es lassen. Ich werde jetzt mal gucken, ob der Horizont noch komplett gerade ist. Ich glaube, ich meine zu sehen, dass er etwas schief ist, aber wirklich nur ein bisschen. Aber natürlich soll das auch noch angeglichen werden hier, damit wir hier auch ein komplett gerades Bild haben. Ich mache das Ganze wieder mit Enter hier fix. Und so ist mein Endresultat. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video so ein bisschen Inspiration geben, auch einfach mal andere Dinge noch in die Landschaft zu stellen und damit das Bild ein bisschen außergewöhnlicher zu machen. Ich freue mich natürlich immer, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann kommentiere gerne unten. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ciao.